Willkommen zurück, meine lieben Zuschauer, bei Dust in Elysian Tale. Oh ja, in der letzten Folge sind wir wieder zurück ins Dorf Aurora gekommen. Und sollen jetzt mit Ginger reden, die einzige Überlebende, die damals den Mondblütern geholfen hat. Ah nein, wir sind schon längst wieder zurück eigentlich. Wir mussten ihn. Weil der Kopenheim zerstört hat. Er hat denem Village, Ginger, zerstört viele Menschen in der Natur. Er hat nicht zu hören, und hat er planen, um die Aurora zu schützen. Ich muss ihn nicht verhören. Das war ist uns alle in die Monster. Danke, dann, für den Feuzen aus seiner Schmerzen. Right bevor der Ende, er sieht lustig. Er hat mir ein paar Dinge erzählt, bevor er übernommen hat. Er hat mir versucht, um die Kriege zu erzählen, um deine Familie zu erzählen. Kann ich mir vorstellen, wenn er jetzt so wahnsinnig geworden ist und einfach ein unschuldiges Dorf niederbrennt. Ähm, okay, jetzt haben wir wieder was Neues erfahren. Ich hab da sowieso schon eine Theorie, aber die behalte ich mal für mich. Nicht, dass sie stimmt und ich jetzt hier zu viel Spoiler. Fidget hat nur Essen im Kopf, ja? Nein, definitiv nicht. Okay, jetzt können wir mal ein bisschen nach Informationen fragen. Erzähl mir vom Krieg. Das wüsste ich auch gerne. Das kann ich mir vorstellen, der hat eine Riesenarmee. Okay, das klingt leider traurig. Warum verlässt du die Stadt? Toller Grund. Okay, das ist ein unnatürlicher Grund. Ich weiß, es macht keinen Sinn. Um ehrlich zu sein, ich denke, das ganze Land ist kursiert. General Gaius' Blutlust hat diese Lande für immer. Ich glaube, er wird nie wieder zurückkommen. Ja, gute Idee, Gaius an allem die Schuld zu geben. Obwohl er mir in dieser Zwischensequenz eher wie ein normaler Mann vorkam, nicht wie ein Wahnsinniger. Aber das werden wir noch herausfinden. Wo finde ich ihn denn? Was war das? Fitsche nimmt mir die Worte aus dem Mund. Oh, was seid ihr denn? Okay. Da nimmt das. Okay, das war ziemlich im wahr. Das ist das letzte von ihnen. Ginger, bist du okay? Ich bin... Ich bin okay. Du solltest unten drunter gehen und finden, was passiert. Okay. Du solltest nicht hier bleiben, Ginger. Es ist zu gefährlich. Geh nach links. Wir werden mit dir mit dir treffen, nachdem wir zu dem Boden gekommen sind. Genau. Bleib sicher, Dust. Wir treffen uns wieder auf der Rhone-Passe. Auf dem Fuß des Blackmoor-Mountains. Ja, treffen wir uns dort. Ich könnte mir jetzt vorstellen, dass da unten endlich das Loch aufgebrochen wurde. Wahrscheinlich, aber bevor wir da lang gehen, haben wir noch andere Sachen zu erfüllen. Erstmal Mosca, den Brief geben. Mosca, ich bin Angst, dass ich ein paar schlechte Nachrichten habe. Oh? Ist... ... alles okay? Wir sagen, wir haben schlechte Neuigkeiten und der Faktor weiß, wie es in Ordnung ist. Wir haben zu den Denim. Es wurde auf den Boden gebrannt. Was? Oh... Nein. Nein, nein, nein! Aber es gab eine Note. Es wurde dir anhandelt. Von jemandem namens... ...Sarahi. Sarahi? Oh, danke dir. Sie muss sich lebend sein. Sie muss es erlangen haben. Bitte, lass mich es sehen. Was denkst du, Mosca? Sie meint ein Ort, das nur die zwei von uns kennen. Es ist eine schwarze Kauve, nicht weit von hier. Bitte, Dust, geh da und sie sehen, ob sie sicher ist. Ich werde folgen, aber ich bin kein Kampf. Wenn du in die Richtung kommst, ist sicher, deine Distanz zu halten. Auf jeden Fall. Ja, ja. Wenn Dust startet, die Schwarze zu halten, willst du nicht irgendwo neben ihm sein. Habt ihr das Schreie gesehen? Er geht nur... Also, die Synchro ist manchmal besser als die Texte. Deswegen ist es gut, wenn ich nichts sage, dabei. Okay, wir haben die Quest aktualisiert. Und eine neue Region entdeckt. Und der da ist wahrscheinlich immer noch voll mit Ausschlag. Gucken wir mal kurz, was Oneidas Mann uns zu sagen hat. Der müsste sich ja hier rum treiben. Nein, nein. Da ist er, ja. Ah, Dust. Danke dir wieder für deine Hilfe. Wie geht's dir? Ich denke, ich werde alles gut sein. Ich brauche nur ein bisschen Zeit, um zu denken. Worüber denn? Ist es noch etwas anderes? Es klingt, dass du etwas auf deinem Kopf hast. Das ist das Objekt, oder? Sehr gut. Ich habe es nicht gesagt, aber ich glaube, ich habe meine Pocketskarte verloren. Wenn diese Götter uns entdeckt. Hm. Und es ist wertvoll? Wahrscheinlich eher sentimental wert, oder? Für mich, ja. Für die beiden uns wirklich. Es war ein Wettbewerb von meinem Vater. In Wahrheit, es ist wirklich das einzige, was wir haben, um ihn zu erinnern. Also, doch sentimentalen Wert. Ich denke, ich habe ihn aus der Farbe zerbrochen lassen. Juste bevor die Kreaturen uns hier zurückkriegen. Wenn ich mein Lied so wie es ist, kann ich wirklich nicht rauskriegen. Ach, das können wir ja machen. Ich gehe mal schauen. Ja, genau. Danke, Dust. Wirklich? Du wirst nicht wissen, wie viel das für mich bedeutet. Gerne. Okay. Deswegen heißt es wahrscheinlich auch verlorene Zeit. Okay. Jetzt wollen wir aber erstmal wirklich nach da unten kommen. Denn dort müssen wir ja auch nach der verlorenen Kiste von dem anderen suchen. Von unserem anderen Questgeber, der ein bisschen kirre im Kopf ist. Der müsste sogar hier unten rumlaufen, gell? Hier. Und tatsächlich, jetzt kommen wir hier runter. Was machst du hier unten? Darüber ist er jetzt aber vorher. Das ist ja toll. Komische Menschen. Leute, besser gesagt. Ich muss hier bleiben. Ich brauche nicht, dass ich jemanden getötet habe. Bah! Ich lasse dich alles Spaß haben. Well, ich glaube, du bist derjenige mit der Spiegel. Nebenbei Menschen. Dabei fällt mir ein, es gibt hier in diesem Spiel gar keine Menschen. Und ich habe da auch so eine Theorie, warum das so ist. Oh, hier ist wieder mal ein Arena-Gebiet. Hm? Ja, genau. Also, zu meiner Theorie, warum es keine Menschen gibt. Der Erzähler hat am Anfang ja gemeint, das alte Volk Elysiums wäre schon längst zu Staub zerfallen. Ich würde mal behaupten, dass damit die Menschen gemeint waren. Ja. Hm. Das heißt, dass wir hier runterhüpfen. Wow. 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 Du bist rot. Und du bist der Ausgang, hä? Und Fidget hat wieder mal Angst. Das macht Sinn. Dann nehmen die den Hut ab. Hm. Und ich dachte, der Fidget hat Höhen an. Ich dachte, du warst Angst, dass die Höhen an. Hm. Hm. Oh, hush. Oh, ja. Na, dann gucken wir mal, ob uns hier etwas Böses erwartet. Hier jedenfalls nicht. Hm. Hier ist aber auf jeden Fall so ein Ding. Auch wenn das nicht besonders viel aushält. Und da ist schon der Ausgang. Ja, Kapitel 2. Finsternis. Okay, wir haben einen Höhenübergang gefunden. Hm. Die Ciro-Humon-Höhlen. Ob ich wirklich schon den Dieb wollte? So, weg mit euch. Ich nehme mal an, hier seid es hier, Rumone. Und besonders viel könnt ihr auch nicht, hä? Wie groß ist das Gebiet hier denn? Oh, das ist schon wieder größer. So, schön das Geld einsammeln. Falls wir Schlüssel brauchen. Ein. Achso, das ist, ich dachte schon, das wäre ein Rezept, aber das ist dieser Reis-Cracker. Oder dieses. Dieses Reis-Gericht da. Hm, Dunkelheit. Mhm. Ja. Hier ist ein Held. Oh, das sieht schön aus. Oh, wow. Ich glaube, ich kaum. Äh, hallo. Ja. So hätten wir dieses Monster. Genießen wir jetzt mal ein bisschen den Ausblick hier. Ja, sieht schon schön aus. Und jetzt mache ich dann erstmal wieder einen Cut. Bis gleich. Bis gleich.